let's go schiff die wie lange ich kein ford mehr gespielt hat mal gucken ob wir hier ein win holen ich denke mal nicht das wird absolut schwierig sein seit dem neuen abdeckt kann man ja jetzt nicht mehr fliegen das heißt man muss wieder bauen und jump hätte und sowas benutzen soweit ich mitbekommen habe jetzt lasst uns erstmal versuchen hier eine waffe zu kriegen und das sieht dann auch eine waffe aus so gucken wo die gegner sind ehrenbruder lud und scheint viele neue waffen dazu gekommen sachen generell ein bisschen zu langsam hier so oh mein gott verbände hier das noch mal tauschen so jetzt ist das auf gut egal kommt wir nehmen den damit den kein anderer kriegt sniper auf ihrem bruder basis auch noch mal mitnehmen da komm da komm da komm da ist noch eine shotgun shotgun auch noch am schlüssel schlüssel wie schlüssel wie schlüssel hier runter hier ist nichts doch eine mp aber nee die brauchen wir nicht so weiter geht's bitte keine blau 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 so wird mir alles nichts bringen weil ich einfach 0 eingespielt bin erste runde nach dem update jetzt hier beziehungsweise zweite naja was heißt zweit ich konnte den neuen modus nicht spielen das ist ein grund wurde immer wieder raus geschmissen komm 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 ah Okay. na komm digga warum muck denn der dann so auf mit sein skin check das überhaupt nicht lebkuchen beste also wer lebkuchen auffeuert schreibt mal in die kommentare minis minis sind auf jeden fall nicht schlecht hatte nur ein mini na sauber nur ein mini oh mein gott ersten kill haben wir auf jeden fall jetzt schon 38 leute noch am leben let's go meint jetzt wird ein sieg schreibt mal auf jeden fall rein wenn ihr es schon wisst wir haben absolut gar keine materialien also gut wie gar nichts zerstöre ein baum ja dann zerstören wir noch mehr bäume sagt es doch gleich dann machen wir auch gleich noch mal die aufgabe hiermit so fast 500 holz gleich 400 brauchen auf jeden fall soweit ich weiß kann man anscheinend nicht mehr fliegen da waren wohl auch schon gegner am start oh mein gott das muss erst dann alles wieder rein kommen wie lange ich nicht mehr gespielt habe so krass will man findet einfach wieder nach 100 jahren wieder kein gegner oder seht ihr irgendwo da hat jemand geschossen aber er ist mir zu weit weg mal zeitaufgabe machen wir jetzt auch nicht wenn ich so prägen prägen wir mal ein gegner den wir hier anscheinend jetzt nicht mehr finden der zone kommt auf jeden fall wir können ja auf jeden fall hier warten da kommt wo seid ihr da hinten wo seid ihr meine freunde naja geht doch geht doch na komm wo bist du mein kleiner da ist er doch da ist er doch naja mann na schade ey das war jetzt dass ich alle wieder verstecken wie die letzten hühner mit einem kill wollen wir auf jeden fall hier nicht übernehmen da kommt wenigstens einer na komm na komm na 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 So muss es auf jeden Fall. Hier ist noch irgendwo einer. Hat da irgendwo einen gehört, oder? Ne. Doch. Über das Thema reden wir später einmal. Oh mein Gott. Okay, wir müssen auf jeden Fall runter. Fliegen ist ja aus. Also wie das Geschütz funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Fragt mich da bitte nicht. Ich weiß nur, dass da vorne ein Gegner ist. Na ja, easy. Kappa. Er war jetzt nicht easy, aber er war auch nicht zu schwer. Ah, unten, da sind wo noch einer. Weiß leider nicht wo, aber ich will auch nicht zu vier pushen. So, hinter uns kommt auf jeden Fall keiner mehr. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt kommt hinten keiner. So, und im Gebüsch ist auch keiner. Na los, let's go, komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der war knapp. Der war richtig knapp. Komm. Ah, komm. Hier ist die neue AK. Hier ist eine lila, eine Cypher. Ah, ich weiß, was war denn besser? Ein Goyner-Raketenwerfer oder ein lila? Ah, bin mir nicht ganz sicher. Scheiß drauf. Wir spielen alles lila. Passt schon. So, hier ist noch ein Slurpee. Der ist ganz gut. Oh mein Gott. Erst mal alles zu machen hier. Kurz, einfach weiter. Let's go. Wird schon schief gehen. Die Frage ist nur, wo sind die Gegner? Ich weiß nicht mehr, wo die alle sind. Dieses Geschütz habe ich siebenmal. Wir gucken gleich mal, was es kann. Na, wir laufen da lang. Da ist die Zone noch nicht so nah dran. Mit der Mini-Gun zerlegt. Oh mein Gott. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst gerade. Wenn ich jetzt einen Sieg raushaue. Wuhu. Der wäre schon Harry Mattel. Der wäre... Oh mein Gott. Ich dachte gar... Egal. Wir laufen mit Sturmgewehr rum. Irgendwo müssen... Ne, da war keiner. Ich habe so Angst, ne. Ich laufe so weit außen am Rand. Damit mich keiner von hinten holt. Da ist einer. Da vorne. Okay, let's go. 900 Holz haben wir auf jeden Fall. Müsste reichen. Oh mein Gott. Erstmal wegholzen hier. So, und jetzt gucken, wo die sind. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, wo sie sind. Ach so, das sind dieses Geschütz. Da musst du dich selber ranstellen. Ja, nee. Der ist... Der ist gay. Der ist... Ah. Aha. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, weil es mir zu hoch ist. Let's go. Der muss doch da irgendwo sein. Der holt mich doch gleich. Ah, ne. Die laufen alle zu, ne. Na komm, wo seid ihr? Macht kein Auge. Zeigt einfach, wo ihr seid. So. Wo seid ihr? Na komm. Irgendwie habe ich voll Angst. Aber irgendwo muss hier einer sein. Da bin ich mir relativ sicher. Oh mein Gott. Okay. Okay. Einen habe ich gesehen. Shit. Okay. 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 Okay Komm, wo bist du? Na komm Na komm Okay, let's go Na komm Wo bist du? Da bist du mein Kleiner Wo ist der andere? Und den habe ich auch Angst Oh mein Gott Oh shit Wo ist der andere? Oh mein Gott Oh mein Gott Nein komm, komm, komm Ja man Oh mein Gott Oh mein Gott Sieg Freunde Sieg Oh mein Gott Heavy Metal Das war eine geile Runde Und zwar nur 7 Kids Aber es hat mega Bock immer Wenn euch das Video gefallen hat Ein Fortnite Gameplay Erste Runde Erster Sieg Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Ansonsten würde ich sagen Abo und Like Und Glocke nicht aktivieren Oder nicht aktivieren Doch aktivieren Und dann würde ich sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal